Psst! Runter! Da! Was ist das? Straßensperre. Das ist der einzige Zugang zum Bunker. Damit nicht jeder da reinkommt. Oder weg. Was? Weg! Der Bunker ist ihr Umschlagplatz für Gefangene. Und unser lieber Captain ist scheinbar hier, um die Ware zu begutachten. Mir ist scheißegal, wer noch da ist. Ich will wissen, wo dieser Penner hin ist. Nicht bewegen. Ich wollte es dir aber gegeben. Komm! Führen wir den Dreckskerl auf! Jooo! Und dann geht es gleich weiter hier. Fahre Kreid rein. Komm! Mit dem Herrn lieben Mr. Kreidkreid. Der Kämpfer, den er jagt, wurde bei einem Bunker gesehen, gleich hinter dem Dorf. Vielleicht könnt ihr deiner Spur vollziehen. Aber seid vorsichtig. Den kann ich hernehmen. Lass uns den Scheiß schnell erledigen. Also ich glaube, dass pro Person, oder je nach Charakter, kann man verschiedene Sachen hernehmen. Jetzt warte mal. Vielleicht kann man hier gleich was in Flammen aufgehen lassen. Ich will ganz abfackeln. Oha, das sind die Söldner. Die sind ein bisschen schwerer. Und... BÄM! Holy shit, alter! Achtung Hund! Der Hund hat mich. Jetzt nicht mehr? Ja. Die sind echt geschoben. Alter, die Typen sind echt ganz schön krank hier. Checkpoint, na Gott sei Dank. Ah, hier ist Muni. Irgendwann da oben ist noch einer. Da ist er! Da ist die Mg. Ah, hier ist er! Wo? Der ist die Mg. Der ist die Mg. Die sind einfach in der Mg. Okay, hier ist er. Und der ist in der Mg. Was? Der ist die Mg. ja der typ ist nicht mehr an der mg dort wo war die muni da hinten war muni wer bei mir liegt da jemand auf dem boden bei mir liegt da jemand auf dem boden ich habe bis jetzt noch keine booster spritzen gefunden öffnen das tor doch vor allem wieso machen wir dieses tor einfach ganz auf wahnsinn gell eine seilrutsche ja hallo ist der rei rei naja gleich weiter würde ich sagen erreiche den bunker ja wo steht dort drauf nur trespassing will it was will be shot so war einfach sucht wie schaut agen da wäre schützengewehr glaube ich fast ganz gut gewesen oder ein gezielter pfeil ne gezielt ist was anderes rockelt räume keine munition bei mir ist muni kiste wo er hat die biebte ganz viele typen er ist nur die schrotte her wo er alle mann das war knapp es ist wo er mal den aufzug achtung das noch ein typi jetzt nimmer halte das gebiet bis der aufzug da ist oh gott ach die kommen von von da hinten zu kommen so blöde töhle ich hab doch nicht ne ich dachte eigentlich dass irgendwo ein hund ist weil meine die charakterin gesagt hat blöde töhle hm ich will selten die waffe macht mehr schaden ja ich würde mir die auch gerne holen aber ich finde keine verbrenne verbrenne gut ja da ist muni hey man kann sogar aufs dach vorm bunker wo sniper sniper tot mit m war danke entschuldigung boosterspritzen wo ist das lief mit der aufzug ist bestimmt ein älteres modell mit schauschützen judy mit 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 hat und wenn wir noch mal muni schmiedeln loh ho es dauert nicht mehr lange er der konnten auto klaren alter wo ist der scharfschütze ach scharfschütze daun nein scharfschütze nicht daun ich kann den nicht sehen ich seh'n ich seh'n der ist da oben äh lol mach erst mal die zwei typis weg ok ja judy also nein nicht bereit werde bewaffnung scharfschützengewehr und dann nehme ich mir von einem anderen typen das gewehr auf wenn es dass du mir nicht wieder klar ist auf zukommt nach oben gut es wird auf das modell war ja es braucht echt ewig hinter dem panzer wo er ist nun die jetzt nicht mehr als er schon der strotflinte von dem einen typen geholt ich will aber eigentlich ein sturmgewehr gewinnt das sturmgewehr ja ich gehe mal da aufs dach schweißte denn er muss noch einmal jetzt kann ich nicht sehen Check die Hügel. Okay. Ich seh ihn. Bam! Weg! Jetzt nicht mehr. Ich war schneller. Die Sniper sind einfach zu untrainiert. Die heißen ja nicht Manuel. Ich bin nicht besoffen. Ich bin besoffen. Müssen wir noch einer? Ja, jetzt schieß ich an ihm vorbei. Bam. Ich lade nach. Immer noch von hinten bei dem Hügel. Nicht nachlassen. Der Aufzug muss jetzt jeden Augenblick hier sein. Check die Strafe. M700 Steinschädel. Was? M700 ist mein Scharfschützengewehr. Steinschädel. Vielleicht ne bestimmte Anzahl an Headshots. Das will. Wow! Hey, Sniper! Geh raus! Nein, flüssig. Sniper weg! Weg! Was? Was? Was steht am Grabstein? Er ist spannend. Der ist weg. Hä? Hä? Ja, voll schlecht. Boah! Noch ein Sniper, warte. Jetzt ist hinter dem Felsen. Weg! Ruhe in Frieden, du Sack! Ruhe in Frieden, du Sack! Woher hat man nachladen? Oh, da ist irgendwo ein Sniper. Oh, da ist irgendwo ein Sniper. Sniper Wäsch. Was ist mit dem Sniper? Ja, wahnsinnig. Nur die Besten. Nur die Besten sind die Söldner. Also... Ah! Aufzugesiehe! Das ist aber echt ein älteres Modell. Ja, ich glaube da unten brauche ich jetzt eher Chorschaufschützengewehr. Nehmen wir eher wieder das da. Aha! Da unten geht... Geht da oben, ohne eine. Es wird doch hier irgendwo in diesem Dreckvloch ein... Es wird keine Gefangenenbahn. Ein Meetingraum. Uga Checker, Uga Checker. Hö, hö, hö. Achso. Achso. Aha. Hier irgendwie ist der Bunker. Mal jetzt mal den V machen. Pssst. Alter, das sind sauviele. Boah. 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 Und das ist dann doch liquidz. Das ist schon am Tempo angekommen. Einen habe ich ausgeschaltet. Was war es? Hier noch Was ist, was? Du musst auf... die über die rechte seite dann kommt dann zu mir und nähe die linke ist er genau da wo du jetzt gehst weil da ist nämlich eh die tüte wo wir hin müssen na munition barriere nieder noch eine tür das muss für tür Prozent Prozent Woa! Woa! Holy shit, alter! Ja, hier können wir noch mit der Suche beginnen. Na, der Neu. Na, der Neu. So, heilige Scheiße. Na, der Neu. Ich helfe uns. Na, der Neu. Na, der Neu. Na, der Neu. Oh, krieg ich zum. Ey, auf der Zigarettenschachtel steht. Russian Vodka. Die ist aber hot, die Zigaretten, hä? Ah, eine Karte. Guck da mal an. Gut genug für mich. Dann lass uns die Appa und Tasche. Und noch... Doch, noch eine Tür. Und jetzt bitte auch noch so einen fetten Typen. Hier wird jetzt Weihnachten. Na, guck mal. Hey, hier ist Sprengstoff. Sprengstoff. Ich bräuchte eher Muni. Oha. Und das muss man fragen, ach, ne? Achtung. Da war's Upala. Multi-Kill. Hehehe. Ich steck mir, weil ich ein bisschen die Fahrgarten bin. Ja, ich spiele Far Cry, das ist richtig, ja. Ah, Seilrutsche. Coop Kills Stammesmitglied. Warte. Garnaten. Ist der tot? Ja. Boah, der haben wir pulverisiert. Und die Leitscheine durchs Feier. Ah, da drüben gibt's Sprengstoff. Hier Sprengstoff. Hier Sprengstoff. Und daneben gibt's Muni. Na geil. Na knack, wüsste er. Wissen die eigentlich schon, dass wir hier sind, oder kann man da jetzt wieder leise? Die wissen, dass wir hier sind. Stimmt. Also spätestens jetzt. Noch und noch er. Funkkontrolle. Ja, ich glaub, die haben wir gerade eliminiert. Die Funkkontrolle. Ich glaub, ich hab da was umgebracht. Huiiii. Hey, Drängler-Monitor. Geh mir von meinen Aschbacken weg. Merkwürdig, die Seilbinde ist an der Tür befestigt. Wir müssen nur noch den Motor anwerfen. Ach, da geht's weiter. Ja, natürlich. Okay, du schwörst mir weiter. Was? Du weißt, wie mein Auto anlässt? Heimlicher Kill. Ich hab gerade so'n Fass in die Luft gejagt. Warte, ich geh gleich mal zum Auto. Hey, dann merk mal den Garagen auf der Hand, oder was? Ja, ich geh gleich mal zum Auto. Haha, ich geh' ein. Du hast keine Fachzeichen gerechtes. ich will es nicht irgendeine private Militärorganisation und dann ich bin fast dauerung das ist Neuling sie ist klar und aus welchen typi und der ist erst mal dauerung war flammenwerfer ich habe mich angezündet woher fack immer mal wieder das große jetzt haben wir schwer bewaffnet sind fast raus die